Bei der Bürgermeisterwahl in Mühlingen konnte keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang das Rennen machen. Wer am Ende ins Rathaus einzieht, entscheidet sich bei der Stichwahl in zwei Wochen. Auf Peter Kieble entfielen 40,58%, auf Thorsten Siliano 32,50% und auf Markus Pfecker 26,33%. Damit ist festzustellen, dass kein Bewerber die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Damit erfolgt in zwei Wochen die sogenannte Neuwahl. Heute Abend wäre die absolute Mehrheit notwendig gewesen. Das heißt also, dass auf einen Bewerber mehr Stimmen, also mehr als 50% plus eine Stimme entfallen. Das war jetzt nicht der Fall. Jetzt geht es in eine zweite Runde. In 14 Tagen findet die sogenannte Neuwahl statt. Es wäre nur möglich, dass noch jemand bis Mittwochabend einsteigt. Also das heißt, nochmals eine Bewerbung abgeben wird oder könnte. Und jetzt haben die Kandidaten Zeit, entweder ihre Bewerbung aufrecht zu erhalten. Das heißt, dann brauchen sie nichts tun. Oder dass vielleicht ein Bewerber sagt, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Oder alle drei bleiben im Rennen. Und jetzt wird es für die Kandidaten dann angezeigt sein, dass sie nochmal Wahlkampf machen und für sich werben und Wähler mobilisieren. Und dann wird es auf jeden Fall am Sonntag in 14 Tagen einen neuen Bürgermeister in Lüllingen geben. Heute ist keine Entscheidung gefallen. Kein Kandidat hat es denn gemacht. Woran lag es? Gut, die Selbstanalyse ist natürlich relativ, sage ich mal, schwer, weil man die anderen beiden Kandidaten ja auch nur einen Teil mitbekommen hat. Es sind natürlich drei sehr starke Kandidaten gewesen. Muss man einfach so sagen, wir haben alle drei gekämpft. Wir haben alle drei ein echtes Ziel vor Auge gehabt. Zwei Ortsansässige, zwei außerhalb. Also ich sage mal so, keine Verwaltungsfachleute. Wir haben alle drei gut gekämpft. Jeder hat das Ziel. Ich denke einfach, es waren einfach drei gute Kandidaten. Daran wird es einfach liegen. Wie sehen jetzt Ihre Pläne für die nächsten zwei Wochen aus? Kämpfen. Ich kenne nur Eingas. Vollgas. Zwei Wochen sind nicht lang. Egal, was man macht. Da ich keine Agentur habe, die mich stützt, sondern alles selber nebenbei noch betreibe, ist es natürlich schon recht ansporn. Aber ich will immer noch da oben rein ins Rathaus. Und da werde ich für kämpfen. Ja, einmal drei Kandidaten, große Auswahl. Insofern, ich freue mich, dass die Gemeinde Mühlingen da auch drei Kandidaten zur Auswahl hatte. Und von daher denke ich mal schon, jeder hat seine Vorteile, jeder hat seine Stärken. Und für die Bürger war das sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden, wer ist der richtige Kandidat. Und von daher ist diese Situation nicht schon etwas absehbar gewesen. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt aus dem heutigen Abend raus? Mit einem optimistischen, zuversichtlichen Gefühl. Vom Wahlergebnis bestätigt es meine seitherige Vorgehensweise. Und jetzt gilt es die nächsten zwei Wochen, die Wählerinnen und Wähler von meiner Person zu überzeugen. Und ja, auch von meinem Wahlprogramm und von meinen Punkten. Haben Sie schon, wissen Sie schon, wie werden die nächsten zwei Wochen für Sie aussehen? Nein, weiß ich momentan noch nicht. Das machen wir, wenn es soweit ist. Und vorhin ist es soweit geworden. Und dann entscheiden wir das morgen, wie es weitergeht. Meine Familie unterstützt mich da wirklich super. Und von daher regeln wir das dann morgen, wie es weitergeht. So, mit was für einem Gefühl gehen Sie denn aus dem heutigen Abend raus? Gemischt. Einerseits positiv über die vielen Stimmen. Andererseits natürlich dritter Platz. Da kann man noch ein bisschen was aufholen. Woran denken Sie, hat es gelegen, der dritte Platz? War, glaube ich, schon ein bisschen der jüngste. Und wie sieht jetzt Ihr Programm für die nächsten zwei Wochen aus? Erstmal drüber schlafen, sacken lassen und mal schauen. Mal schauen. Also konkrete Pläne haben Sie jetzt, werden Sie noch ein bisschen im Ort unterwegs sein? Ja, klar. Und nicht, dass die Bürger, wird es irgendeine Veranstaltung vielleicht geben, dass die Bürger auf sie zukommen können? Ähm, war jetzt nichts geplant. Ich glaube, die Bürger muss uns erstmal ein paar Tage in Ruhe lassen. Weil es sehr intensiv die letzte Woche ist. Mal schauen. Werden Sie antreten nochmal in zwei Wochen? Zu 99,9 Prozent, ja. Eigentlich schon. Also, ich habe noch nichts verloren. Vielen Dank. Vielen Dank.